Moinsen Leute, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy Folge 16. Ich mache hier weiter mit der Sandinsel Galaxie, bei der ich letztens mal losgelegt habe. Bisschen, bisschen viel verkackt habe mit den Wandsprüngen. Ich hoffe es war ganz lustig für euch, ich weiß nicht. Ich fand es beim Spielen selbst nicht so lustig, dass der mal runtergefallen ist, aber letztendlich, ja. Passiert halt mal, ne. So zu verkacken. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los war. Ich werde es auch nicht rausfinden. Will ich auch gar nicht. Ich mache jetzt einfach hier weiter. Vielleicht läuft es heute besser. Vielleicht auch nicht. Vielleicht verkacke ich noch mehr. Oder genauso viel. So, auf jeden Fall geht es jetzt hier los. So, schüss Poki. Aber Poki kopf, besser gesagt. Was wollen die von mir? So, jetzt kommt glaube ich noch ein großer, oder? Ach, schade. Komm. Hau drauf. So, warte mal. Stimmt, ich kann ihn so wegboxen. Stimmt, ich habe die Drehertache. Ich muss ja nicht warten, bis sie zuschlagen. Wie in anderen Mario-Spielen vielleicht, äh, üblich. Äh, da oben war ein Sternring, den habe ich gesehen. Ah, Gummi-Luma. Hä? Was sagt denn jetzt? Wieso gucke ich da nicht runter, würde ich kurz sagen. La, 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 la. Ja, ja, komm. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile. 20 will er nur haben. Komm, grüße, Kollege. War den Geheimstellen schon mal abgehakt? Was, 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 was? Mein Bauch ist voll. Ich platz gleich, da wollen wir mal loslegen. Der Wandelung! Ach, das kommt jetzt gleich so eine Pyramide, oder? Ja, kann man als Pyramide, glaube ich, bezeichnen. Ganz abstrakt so, aber... Ich glaube, da drin muss ich nur Silberstelle sammeln. Und rein da, genau. Ich kann ja nichts ändern, wenn ich eine Röhre betrete. Ja, der ist der Stern auf jeden Fall. Komm, sammeln wir mal die Münzen ein. Das werden wir vielleicht später noch gebrauchen können, aber ich gehe jetzt mal hier rein und hoch. Also der Sand, der wird jetzt hier hochgehen. Ich werde unten nachkommen. Einfach die Schwerkraft erstmal an der Wand verschoben, alles klar. Damit ich hier einfach laufen kann und keinen Wandsprung machen muss. So, die Nummer zwei. Da ist die drei, kriege ich die noch. Yes. Dann krieg ich doch mal hier runter, da ist doch der vierte schon. Einer noch, komm. Ist der hier noch drin? Ich hoffe. Nein, ich wollte dich hier wieder rein. Na ja, dann halt noch mal hoch. Gucken, ob der hier... Ach, ich verstehe es auch hier. In den Kisten ist da glaube ich nicht der Stern. Wenn ich mir jetzt auch nicht so sicher bin, aber da ist er doch. Der fünfte. So, tschüss Sand. Verschwinde. Und gib mir den dritten grünen Stern übrigens. Wusste ich es doch, dass hier noch ein grüner Stern kommt. Ich war mir nicht sicher, deswegen habe ich nichts gesagt. Ja, ich könnte jetzt noch mehr Münzen sammeln. Macht aber gar keinen Sinn in dem Spiel eigentlich. Wobei ich nicht weiß, dass es bei 50 ein extra Leben gibt. Auf jeden Fall jetzt erstmal den dritten grünen Stern eingesackt. Das dürfte auch der letzte gewesen sein. Sehen wir jetzt, ja, ich fliege zu Rosalina. Das heißt, sie sind fertig. Der Sternring ist da. Die Sandkapsel und die Silbersterne. Nur neun Sternteile mitgenommen. Na gut, muss da ein paar ausgeben. Es sieht so aus, als hättest du alle grünen Powerstände wiedererlangt. Das Zortz und die Prüfung reaktiviert. Ja, jetzt sind hier drei neue Galaxien. Du hast das Zortz und die Prüfung reaktiviert. Das hast du gerade schon gesagt. Danke, dass du dich wiederholst. Was wohl auf dich wartet? Ja, was da wohl auf mich wartet, das wüsste ich auch gerne. Ich weiß es schon. Oh, der Tod hat, äh, Brief. Hier ist ein Brief von Luigi. Ich hab die Stern, aber jetzt komm ich nicht mehr zurück. Der hängt da am Baum, ne Idiot. Was ist das, ein Klotzkopf? Warum klettert der nicht einfach runter? Hm, was ist das für ein... Oh, tja, das ist die Honigbienengalaxie. Das ist Honigbienkönigreich. Ich glaub, der ist sogar da, wo ich, äh... Ach, noch ein Brief. Achso, von Peachow, die, die Run-Ups. Die hab ich mir nicht geholt. Äh, klar nehm ich die fünf Stück an. Also dann, bis zum nächsten Mal. So, zack, hab ich neun Leben wieder. Äh, ist klar, ich hab mit vier angefangen. Ich bin, glaub ich, auch mit vier rausgegangen, ne? Ja, muss ja, wenn ich jetzt neun hab. So, da ist Luigi. Deswegen gab's doch kein Geheimstern im Honigbienkönigreich bisher. Weil Luigi den nicht hat, aber finden muss. Ja, genau. Das war nämlich genau da, wo ich am, äh, als ich bei dem Stern war, hingeflogen bin. In der Ecke. Da an dem Baum hängt er, hier oben links. An dem da. Ist ja dein Cursor da oben, ist er. Ich hole mir jetzt einfach die Bienenanzugfliege rüber und dann passt das schon. Ich sehe nix, danke. Kamera, wie? Ja. Und hier rüber? Oh, das wird knapp, was ich ganz sagen. Dann halt so. Ich lage auch hier hoch. Ach, da kletter ich halt da oben. Ist ja auch egal. Ich kann als Biene halt keinen links machen. Keine, äh, Rückwärtssalto, glaube ich. Ne. Die ist halt sprungtechnisch ein bisschen eingeschränkt. Die Biene. Oder Bienen-Mario eben. Aua. Ich hoffe, ich brauch die Biene jetzt nicht. Oh, da hab ich nicht, Kollege. Was hängst du denn da so komisch, ey? Aua, 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 aua. Ah, Bruderherz. Ist der Riesenkäfer weg? Ja, ist klar. Wenn der wüsste, was das hier noch für Käfer gab. Dann lass uns den Power-Stern nehmen und ich ziehe weg von hier. Ich bin mir nicht mal mehr sicher. Ich glaub, dass schon der letzte Luigi findet und, also sucht und findet. Ich glaub, der bleibt jetzt tatsächlich auf der Sternwarte danach. Aber das wird er uns gleich nochmal sagen, wenn dann. Ansonsten ist es auszugehen, dass er halt weitersucht. Meiner Meinung nach. Okay, er sagt... Okay, wenn ich hier lande, dann wird er wahrscheinlich doch noch weitersuchen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich weiß gar nicht, wo der noch kam. Wenn der noch irgendwo kommt. Wahrscheinlich in irgendeinem Galaxie, in der es wieder keinen geheimen Stern gibt. Sandinsel können wir ausschließen. Warte mal, es steht ja nicht jetzt hier in der... ...in der Garage. Ja, da steht er doch. Ich glaub, der schüttert nämlich vorher nicht. Ha, ich bin fix und alle. Die gästlichen Power-Stern überlasse ich dir. Ja, sag ich ja, der sucht keinen mehr. Hier könnte ich jetzt reingehen, mach ich aber nicht, mach ich später. Weil ich die drei Galaxien nach Möglichkeit in ein Video packe, selbst. Also ein einständiges. Und am besten, wenn ich die, äh... Irgendeine Galaxie jetzt irgendwie so abschließe, dass ich eine Galaxie fertig hab, komplett. Also mit einem Part. Das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Vielleicht ja schon in der nächsten Part die Challenge-Galaxie. Mal gucken. Sandinsel-Galaxie. So, der ist der grüne Stern. Zwei Sterne warten hier noch auf mich. Auf uns. Und erst mal zurück ins Kapitel, wo ich den Geheimstellen gefunden hab. Jenseits des endlosen Treibsands. Haben wir grad schon gesehen. Muss ich jetzt nicht nochmal zeigen, denk ich. Scheiß Pauke, ey. Sieht doch eure Blüten. Die Kopf nicht so wegsteuern? Nee, wenn man nicht... Achso, ach, der KT-Stern. Ich hab jetzt rausgesprungen. Stimmt hier. Ich hab' wieder voll vergessen. Da hab ich den Sternring da oben. Ich weiß nicht, wenn ich da hinkomme. In vielen Fall ist hier unten, das hab' ich eben schon gesehen, ein Regenbogenstern. Dann kann doch die Kamera sich drehen. Also, die Luma hätten sie echt mehr geben können. Also, ich hab' den ersten, der in Staub, äh, fressen will. Man kann ja bis zu 50 locker haben, ne. Hier ist doch so ein Maxi-Pilz. Maximale Kraft-Pilz, sorry, nicht Maxi-Pilz. Maxi-Pilz ist irgendwie, äh, Mario Party 4. Glaub ich, glaub's den. Da wird man ja größer, ne. Ach, ich muss da sogar rein. So, war dann vielleicht ein komischer Flug, oder? Jetzt muss ich hier die blauen Dinger finden. Oh, ich den Panzer. So, nochmal eins. Was sind die denn da oben? Blauen Teile. Da ist eins. Da ist eins drin. Habe ich dich? Ist das fünfte Teil? Ich hab' ein bisschen Schiss, wenn ich das weitermache, dass ich da gleich wieder runterfliege. Das ist bestimmt auf der anderen Seite, ne, oder? Bestimmt übersehen, irgendwo. Oh, was war da? Oh, was war da? War eigentlich eben noch irgendwo so ein Kristall unten? Ne, hab mich wohl verguckt. Ja, wo ist das fünfte Ding? Ach da, ne Kiste. Ach, dafür brauch ich die Panzer, okay. Krieg ja so nicht auf. So, dann bleib ich mal hier so stehen. Scheiße, kann ich ja eigentlich so. Ganz heiß. Da ist er doch. Ach, da ist die Kiste. Mist, ey. Dann nochmal einmal rum. Boah, ey. Das ist aber hier schon so die dämliche Aktion von mir gewesen, ne? Dann lauf ich eigentlich immer schnell in die Richtung. Da ist er. Die Kiste. So, das fünfte Teil. Ach, das geht sogar von hier aus weiter. Sehr gut. Ich hab nichts verkehrt gemacht. Indem ich zuletzt die Kiste geholt hab. So, ich geh erstmal zurück hier. Ich glaub, es ist auch egal, wo ich lang geh. Ich glaub, es fühlt mich beides zur Röhre da. Oder? Ne, warte mal. Da müsste ja von da noch was sein. Was ist denn hier für ein Raum dann? Ach, bestimmt wieder so Musiknoten sammeln. Mal gucken, welche Melodie dann da rauskommt. Na, war klar. Ach so. So. Oh, da kommt jetzt auch nur drei One-Ups raus. Okay. Das ist nett. Auch wenn die mir nach jedem Spielstand, äh, die sind ja eh wieder weg, aber... Das lässt erstmal so vermuten, dass man hier ein paar Leben verlieren könnte. Aber ich bin trotzdem hier. Da, wo ich hinwollte. Hab ich nicht sogar abgekürzt? Ich glaub, ich komm eigentlich von da hinten erst. Mal gucken. Da ist der Stern. Da komm ich auch nicht so ohne weiteres ran. Von hier aus. Hier ist wieder gefährlich. Der Treibflad ist wieder tödlich. Ja, hinten. Ach genau, ich muss den Mist hier runterhauen. Stimmt, da war ja was. Genau, da ist, äh... Also die Passage hab ich jetzt durch verpasst hier den ganzen Weg. Weil ich abgekürzt hab. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich nicht... Oh, fuck. Das reicht gar nicht. Oh, verdammt. Okay. Wie schade. Dachte, ich komm da jetzt so schröber und kann ein bisschen abkürzen, aber... Das hat vorne und hinten nicht gerügt. Ne, hier war ich richtig. Ja, ich mein, kann man hier nicht im Over gehen, hier ist ja immer ein One-Up, ne. Kann man ja einmal wiederholen. Also springt daneben unten in den Treibstand rein, dann ist man natürlich wieder nebenlos. Hätte mir auch passieren. Ey, die haben Steine drumherum, wie ich gerade. Da darf ich gar nicht mal so eben rein. So, da hoch und jetzt hier hoch und da ist der Stern. So, ging doch eigentlich noch. Ich glaub, ein Spaß wird hier noch sein, wenn ich da noch später einen Stern finden muss. Bei dem ich aber jetzt nichts vorweg nehmen will. Ich meine, das war auch hier der Schauplatz, wo ich dann was machen muss noch, aber... Dazu später mehr. Ihr werdet schon noch viel genug sehen, was ich meine. Dem Bilderbuch wurde ein neues Kapitel hinzugefügt. Ich weiß gar nicht, wie viel fit das mittlerweile ist. So, die Sandinselgalaxie nochmal. Dritte Stern. Und der Komete müsste auch noch kommen. Ach, kann... Kann sogar sein, dass der Komete einfach nur... Die Riesenfalle in der Wüste. Ach, der Glaskasten. Okay, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Boah, ich könnte, ich wäre hier auch noch ein geheimer Stern gewesen, aber das kann eigentlich nicht sein. Eigentlich gibt es in jeder Galaxie nur einen geheimen Stern. Das wäre auch so untypisch, wenn auf einmal die zwei wären. Das wäre auch so untypisch, wenn ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich weiß nicht, dass ich mir den niemals geholt habe. Aber Schaden kann er auch nicht, ne? Doppelte Kraft. Achso, ich kann einfach drüber gehen, dann geht das weg. Achso, okay. Guck mal, da hinten. Da ist noch mal versteckt. Hier liegt das, ihr Mistviecher da hinten. So, was hier der Rest ist noch da? Oh, meinst du scheiße. So, wann sprung ich den auf jeden Fall heute wieder? Boah, das war knapp. Ich gehe nicht wieder runter, das Zeug. Achso, scheiße. Ach, ne, ich glaube, ich müsste da wieder irgendwas mit hierher, wenn es runtergeht. Ja. Meiner ging früher immer nach einer Zeit wieder runter. Aber so kann man sich irgendwie... Auf jeden Fall ging es jetzt nicht mehr runter. Entweder war ich zu schnell oder... Boah, schnell genug zumindest. Was haben die Krabben los hier? Mistvieh. Ach, der hat nur Unab, auch deswegen. Der ist, glaube ich, nur Sternstaub, ja. Weiter geht es. Ist noch nicht da. Das wäre so ein Riesen-Pokey, den baue ich jetzt... Da baue ich jetzt eine Kukuf nicht. Ich bin ich von hier unten holen muss erst. Oh, wo ist sie jetzt? Da ist sie. Boah. So, weg mit dir. Am Wege. Boah, hab ich den weggematcht. Ich habe noch Sternstaub da gelassen, oder? Glaub nicht. Da komm ich, glaube ich, rein. Ich geh rein, komm wieder. So, und jetzt... Das ist nämlich die Falle daran. Steigt der Sand hier. Achso. Stimmt ja. Ich muss mich jetzt übereilen. Musik lässt auch schon vermuten, dass hier was los ist. Ich kann ja auch keine Dreh-Attacke machen. Oder? Doch, hä? Okay, Dreh-Attacke ist schon schwierig hier. Irgendwo an der Wand steht sie noch. Okay. Und da habe ich den Stern aber trotzdem locker flockig geholt. Aber was war denn da hinten mit der Kanone nochmal los? Da muss da auch noch was sein. Gab es doch noch einen zweiten Geheimstern? Gerade bin ich mir echt unsicher. Oh. Ja. Na gut. An der Stelle beende ich den Part aber. Wenn da noch ein Stern ist, gucken wir uns das im nächsten Video nochmal an. Ansonsten geht es weiter mit den Challenge-Galaxien auf jeden Fall. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Seid noch gerne das nächste Mal wieder dabei. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Und über die Kommentare unter dem Video natürlich auch. Also kommentiert fleißig, wenn ihr wollt. Natürlich nur. Ist kein Zwang. Nur wenn ihr wollt wirklich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Da kann ich ein bisschen drauf eingehen. Euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschö, euer Basu Kasu.